Also macht euch echt keine Gedanken um. Ich bin da ganz optimistisch. Vorbereitet hab ich mich natürlich nicht. Jetzt kannst du reingehen. Nein, ich wollte dazu was sagen. Achso, du wolltest dazu was sagen. Machst du okay. Warte. Ja, da warst du den Sack hoch. Wir sind jetzt hier an einem weiteren Gebäude auf dieser Location. Wahrscheinlich handelt es sich um einen alten Scheiße. Wir sind jetzt hier an einem weiteren... Mann, fick dich doch einfach. Wir sind jetzt hier auf einem weiteren Gebäude... Scheiße, wir sind doch nicht auf dem... Auf dem... Los. So, wir sind jetzt hier an einem weiteren... Spot. Noch nicht. Du guck mal nochmal dahin, wo du da hingeguckt hast. Ja, es geht los. So, wir befinden uns jetzt aktuell im Verwaltungsraum des Komplexes. Auch hier, wie ihr seht, alte Prüfprotokolle von 1998. Also schon ein Highlight hier. Wir sind hier gerade im Technikraum. Und... auch hier hat die Zerstörung Einzug erwähnt. Auch hier hat die Zerstörung Einzug erwähnt. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Verwaltungsraum des Komplexes. Und wir ja auch hier auf diesen... Unterlagen erkennen können. Prüfprotokolle von 1998. Also wirklich original, kaum angefasst, aber bereits... Fack. Ding, ist tut mir leid. Wir müssen uns noch ein bisschen machen. Mach dir nicht. Du bist die Fresse hinter DKDream. Ey, das ist kasselös, Mann. Wieso? Ey, guck doch mal meine Fresse an, sonst kannst du keinem zeigen, Alter. Was ist denn da denn hier? Wow, wow. Ey, Leute, schaut euch das mal an. Boah, ich bin mit der Kammerack, wie man ein Stativ an der Tür hängen geblieben. Vielleicht... Komm mal weiter hierher. Ja, ja, okay. Lass mich mal kurz nachdenken. Wacht einfach hier so. Boah, krass. Die Waschbecken sind noch dran. Boah, das ist voll selten. Und... Duschen. Wir gucken, Duschen, Gedöns. Okay, jetzt geht's. Hannik, könnt ihr mal gerne noch ein bisschen frischen. Bereit? Ja. Ey, schaut euch das an, Leute. Es ist mega. Der Staub der Zeit. Wenn ihr euch überlegt, vor knapp 30, 40 Jahren waren hier noch Menschen, haben hier geduscht, gebadet, sich gewaschen. Gerade hier. Auf der linken Seite seht ihr jetzt gerade die dunklen Duschen. Krass. Einfach nur krass. Hier hängen mal die Duschvorhänge. Es ist einfach Wahnsinn. Diese Schönheit des Verfalls. Und dafür stehen wir. Seht mal interessiert aus. Jetzt küsst euch mal. Was? Kannst du mal deine Lampe aus Ihnen scheiden lassen? Ja? Ja man, super. Ja? Ja. Mach. Ihr müsst euch vorstellen. Vor 30 Jahren war diese Location noch ein Erholungszentrum für die SED. Für den angehenden SED-Kader. Jetzt schaut euch das an. Original Location. Super. Hast du gegoogelt, ja? Ja. Hallo. 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 Du kommst das mal raus. Alles eklig ist da. Ey, ich bin doch so riesig. Komm ab, komm ab. Du filmst. moin moin und herzlich willkommen auf unserem ersten video von dk dream scheiße ich habe weggeguckt machen wir bitte noch mal mach einfach kate ziehen ok moin moin und herzlich willkommen zu unserem ersten video von dk dream andy van umrath hier und ich begleite euch heute durch diese wundervolle location vielleicht seht ihr es im hintergrund schon wir sind gerade okay wir sind heute in dieser wundervollen location eine ehemalige sd kader station um eben diesen kader hochzuziehen ist auch falsch andy van umrath hier ihr begleitet uns heute durch diese wundervolle location wir sind ein bisschen mehr als sonst zu quatschen bitte es fällt bloß ein bisschen auf wenn ich ablese du musst halt genau hier unterhalten herzlich willkommen zu unserem ersten video von dk dream andy van umrath begleitet heute moin moin und herzlich willkommen zu unserem ersten video von dk dream heute sind wir unterwegs in einem ehemaligen ferienlager von dem sd-start und ich hoffe ihr habt viel spaß mit uns das war scheiße das war komplett scheiße kommen los weiter geht's herzlich willkommen und hallo hier in unserem dk dream channel viele kennen uns von euch nein anders moin moin und herzlich willkommen in unserem ersten video von dk dream heute sind wir in einem ehemaligen ferienlager des ddr staates und come on let's go ja das war aber auch nicht geil fand ich ich finde es ganz cool mit dem was du vorher gesagt hast mit dem begleitet uns das habe ich schon vergessen heute sind wir in einer ehemaligen location von dem ddr regime fuck you alter macht der anfang war gut gewesen los moin moin und herzlich willkommen ja wir sind hier auf einer wundervollen location des ddr regimes hier wurde damals der kader hochgezogen fuck you moin moin und herzlich willkommen zu unserem ersten video viele kennen uns von instagram moin moin und herzlich willkommen das ist unser erstes video dk dream viele kennen uns von fuck you wir sind heute in einem wundervollen areal einer ehemaligen sd kader schule ferienlager 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 ist keine schule immer das ist vielleicht mit kreis körper nachdem du dich nicht mit ihrer reihe bekommst leute es ist mehr oder weniger einzigartig dass diese location so ungerührt ist ich hoffe es gefällt weiter geht ja okay ist nur alles voll im arsch und so fast schon dein ernst alter mehr wiegst du nicht das junge der wiegt 40 kg das ist bei mir stimmt aber gehen wir runter echt jetzt ja wenn wir stimmen das ist so wenig sogar das ist so wenig so jetzt aber sogar bei 95 gewesen ja gut auch besser und einfach wird wer weiß wo die reinpassen in den nachtschrank warte kurz sie sind jetzt im keller der location warte doch mal habe ich gesagt ach so sorry passt guck euch das an what the hell diese lampen auch sehr viele hier und ist es nicht auch ein mal sie sind ganz wundervollen und sie hat so noch gekriegt 2 preis von 1 hier sehen sie drei der wilde urbex seiner freien natur was machen sie trinken und rauchen ich bin das eine und das andere oh ja ich habe gerade gedacht wo ist sie denn hin ich habe es gerade noch im augenwinkel erkannt dass da jemand pinkeln ist ich habe mir gedacht das ist eine komische farbe an unterwäsche für einen für einen kerl hm wie soll sie übel werden pinkeln ja habe ich eh nichts gesehen nur die unserhose ja hübsches blau sagt er wir haben jetzt gerade schon gelästert dass solche kleinen porno wären für youporn das ist das bonus material doch haben wir auf meiner barra schon noch mal hier ja entschuldigung kann man wirklich also keine sorge ein paar abschließende worte zu diesem trip hm was soll ich dazu sagen eine interessante location punkt wow quatsch mal einfach ein bisschen oder so alle sagen jetzt mal ameisen scheiße ja 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 ja